herzlich willkommen zu einem neuen video wir sind heute in graubünden ein bisschen am urlaub machen und heute sind wir mal im wald unterwegs ich freue mich riesig weil als städter so oft kommst du ja nicht raus und schaut euch mal den wald hinter mir an der absolute märchenwald unglaublich und ich hoffe ja wir finden ein bisschen pilze und da muss man ja aufpassen nicht in jedem kanton darf man einfach so pilze sammeln und ein patient von mir hat schon gesagt hier darfst du vom ersten bis zehnten jeden monat nicht pilze sammeln also um einfach den artenbestand und so zu schützen was ich auch sehr richtig finde wieder mal denn es gibt hier den pilz massentourismus sozusagen also graubünden liegt ja auch so an der grenze zu italien wieder und sehr viele aus den umliegenden ländern und ortschaften kommen her sammeln die ganzen pilze weg und verschwinden dann wieder hier und das schützt natürlich nicht die schweizer wälder was mir zuerst schon mal aufgefallen ist bei dem wald die akustiker jeder wald hat ja so wir haben ganz bestimmten flair sich sagen aura oder so die auf einen wirkt aber hier bei dem wald es ist alles voller moos und bewachsen und hört euch das mal an ich hoffe man hört es auf der kamera also es klingt so mega dumpf ja es ist alles überwachsen worden die steine also jetzt laufen wir hier eigentlich auf einen riesen felsbrocken rum der hier überwachsen wurde mit moos und allen möglichen sachen über die jahre und ich finde es so schön ganz ehrlich wie aus so einem rotkäppchenwald wisst ihr übel cool heute ist natürlich ein bisschen diesig also grau behangen und ich habe schon so mit nadine gebrainstormt der name grau bünden könnte ja eigentlich sogar stammen in grau wolken gebunden oder also ich weiß es nicht aber es klingt sehr logisch weil wir haben den ganzen tag heute wetter wechseln also immer wolken keine wolken wolken keine wolken und ja vielleicht stammt er daher unglaublich schöner ort hier muss man einfach mal sagen also vielen vielen dank für die einladung die wir bekommen haben hier und wenn ihr euch für die wohnung interessiert wir werden auf jeden fall ein video zu drehen dann ist es hier oben verlinkt und da könnt ihr mal reinschauen weil ihr könnt jederzeit diese fällen wohnung buchen wo wir jetzt sind und können euch sehr empfehlen weil unglaublich toll und es ist so ruhig wir treffen keinen anderen menschen bisher was natürlich auch mal sehr schön ist ja um ein bisschen zu entschleunigen und dann wenn du hier durch den wald läuft und diese ganzen lichtblicke hast so zwischen den bäumen und dann diesen ausblick da mal genießen kannst ist einfach unglaublich toll ja und da kann man natürlich wieder mal sehr dankbar sein ich muss sagen unsere auswander story dass wir hier in der schweiz gelandet sind wurde ja nun schon mehrfach ja ausgestrahlt drüber gesprochen wir waren im größten deutschen auswanderer podcast und haben einfach eine riesen community mittlerweile aufgebaut die täglich wächst wofür wir sehr sehr dankbar sind und ich denke wir auch sehr vielen von euch helfen konnten in die schweiz zu kommen denn mit uns war es eigentlich nie leichter in die schweiz zu kommen also wir haben für euch eigentlich alles gemacht was was man braucht ja und wir haben ein riesen netzwerk gebaut und ein netzwerk ist einfach so wertvoll und ihr habt ja dann auch also kontakte im neuen land direkt da ihr braucht dann auch keine sorgen haben oder so oder ja euch unwohl fühlen oder viele scheuen vielleicht den weg in ein neues land zu gehen weil sie einfach angst haben vor dem was kommt oder so weil sie ja familie zurücklassen und auch angst haben davor keinen anschluss zu finden und ich sage euch durch unsere gruppe habt ihr das wir haben richtig tolle geschichten mittlerweile wie leute sich gefunden haben und getroffen haben und die messages eigentlich kommt in unsere gruppe auswandern schweiz auf facebook gibt es einfach mal ein wir sind aktuell ungefähr 5000 mitglieder aber es werden immer mehr täglich ja also mittlerweile die größte community geworden und schaut mal rein link ist in der video beschreibung auf jeden fall und in den kommentaren wisst ihr was ich gerade auch mal so gedacht habe eigentlich ist die schweiz auch sehr touristisch also wir sind ja jetzt hier im wald irgendwo unterwegs und wir wissen eigentlich nicht wo wir lang gehen das habe ich schon öfter gemerkt ich hatte immer teilweise so ein bisschen angst auch um die berge zu gehen oder so also jetzt nicht die fünfer routen mit klettern und sonst halt sondern einfach wandern in die berge aber grundsätzlich ist die schweiz ja sehr erschlossen und du kommst immer irgendwo raus wo du dann den rückweg findest also ist so meine meinung so habe ich bisher gemerkt ja also ich fühle mich hier sehr wohl und hier urlaub zu machen ist auch sehr entspannt finde ich also du könntest einfach losgehen einfach loswandern quer durch die schweiz und du wüsstest du kommst immer irgendwo wieder raus und verläuft sich eigentlich nicht habt ihr euch schon mal verlaufen oder seid ihr schon mal irgendwo da ja nicht mehr weiter gekommen schreibt es mir gar nicht mal nicht dass ich hier die leute ansporne irgendwas zu tun was sie später bereuen was mir jetzt auch mal so aufgefallen ist jetzt wo wir hier so sitzen kaum ein haus hat zäune also irgendwie ist alles offen wenn ihr jetzt mal hier so guckt seht ihr es sind kaum zäune manche haben ein bisschen ihren garten oder so eingezäunt aber ansonsten ist alles offen und dann denke ich immer so an deutschland und an die region wo wir herkommen jeder hat so sein haus komplett eingeschachtelt und zäune und das ist meins kommt hier nicht rein quasi ja das ist mein land mein haus ich weiß nicht ob ich das schon aufgefallen ist aber vielleicht ist das ja so ein bisschen auch mentalität oder vielleicht sind die schweizer ja doch offener als man denkt nicht so verschlossen wie die leute immer sagen auf jeden fall ja was ist eure meinung dazu also ist das ein typischer kultureller unterschied es war ein wirklich wirklich schöner kleiner tagesausflug tageswanderung hier in dem weltchen wir sind übrigens in obersachsen also in graubünden ich glaube den ort habe ich noch nicht genannt und ich muss sagen so viel entspanntheit entschleunigung diesen ganzen alltag und stress die man hat eigentlich mal wieder zu entfliehen das ist schon sehr sehr schön und dafür braucht sie eben auch wieder nicht viel manche von euch wissen ja dass wir minimalisten sind und eben das sind auch immer wieder aktivitäten für die es eben nicht viel geld braucht und die dir so viel mehr zurückgeben an was ich mich immer erinnern muss ist ein spruch den ich vor einer weile mal gehört habe und ich weiß nicht mehr woher er stammt dieser spruch lautet früher war die welt viel leiser gehen wir mal ein paar jahre zurück es gab viel weniger menschen es gab viel mehr wälder viel mehr natur und auch keine große elektronik und technik und so weiter also die welt war schon wirklich viel viel leiser und manchmal fehlt uns das ein bisschen glaube ich ja also jedem von uns weil gerade hier in der schweiz ist eine sehr leistungsbezogene gesellschaft das merkt man immer wieder und je länger man hier ist desto mehr merkt man sagen es geht sehr viel um geld es geht sehr viel um prestig etwas sein etwas darstellen wollen und je nach area wo du bist natürlich ist es noch schlimmer immer mal die zürich area da geht sehr sehr viel um geld geld hier der verdient das bla 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 was einfach überhaupt nicht wichtig ist im leben aber jede nur das seine auf jeden fall als kleine abschließende worte vielleicht kann ich euch empfehlen geht öfter mal raus geht in den wald macht mal gar nichts ihr werdet sehen wie viel gedanken euch da vielleicht durch den kopf kreisen wie ihr auf einmal auch viel kreativer werdet weil ein anderes video was ich noch machen werde vielleicht ist es schon draußen ist es da oben verlinkt aber wie sehr social media zum beispiel deine kreativität popiert ein sehr wichtiges thema wenn euch dieses kleine spontane video gefallen hat lassen uns gerne ein leichter abonniert kostenlos den kanal um kein weiteres video mehr zu verpassen und wir gehen jetzt erstmal ein bisschen was essen ciao ciao bis bald macht's gut